So, good morning in the morning, meine Lieben. Aber ich komme ja nicht zum Vloggen, ne? Ich war jetzt beim Frühstück. Ich wollte eigentlich vloggen, als ich zum Frühstück gegangen bin. Aber dort bin ich jemandem begegnet. Dann haben wir ein bisschen gequatscht. Also die zwei Opis. Die machen nämlich heute Ausflug. Ja. Und jetzt bin ich zurück und hatte gerade einen Hustenanfall. Geil. Naja, ich habe hier zwei Croissants. Die sind nämlich auf meinem Teller übrig geblieben, bevor die weggeschmissen werden, habe ich sie mitgenommen. Weil die Croissants hier sind mega, mega lecker. Ja. Und ich war heute endlich alleine beim Frühstück. Aber ich vermisse das so, ne? Diese Ruhe, dieses alleine etwas machen. Ach, ja. Und wenn ihr jetzt wieder sagt, ich bin hier nicht ich selbst, ich bin nicht so, wie sagt man, unbefangen, wie sonst immer, dann habt ihr vollkommen recht. Denn genau so ist es. Genau so ist das. Ach, ja. Ähm, hier sind voll viele Asiaten. Also wir haben jetzt, hier sind noch mehr Gäste gekommen, viele Asiaten. Und die können sich einfach nicht benehmen, ne? Die sind so laut. Gestern am Pool so laut. Wenn die im Wasser sind, du bist auf der Liege, du bist komplett nass. Die passen gar nicht auf, interessiert die auch nicht. Die rauchen hier im Hotel. Ja, obwohl es verboten ist. Schlimm sowas. Ich schlimm. Und es hat die ganze Nacht, ähm, geregnet. So, Leute. Wisst ihr, wie Erholung nicht aussieht? Oh, ich sag's euch. Ich will nur 5 Minuten für mich alleine haben. 5 Minuten, wo ich wirklich alleine bin und nichts tue. Aber, äh, könnt ihr vergessen. Könnt ihr vergessen, ey. Als ich vom Frühstück gekommen bin, ja, dann war noch meine Tante auf dem Zimmer. Ja, dann war sie, glaube ich, noch eine Stunde oder zwei Stunden. Ich weiß es nicht. Es hat geregnet. Dann ist sie nicht gegangen. Ähm, Internet gibt's auch nicht. Also, die haben manchmal so Internetausfälle. Und seit drei Stunden, Moment. Ja, zwei Stunden gibt's hier kein Internet mehr. Ist aber normal. Ja, und dann ist gerade meine Tante gegangen. Da dachte ich, boah, endlich hab ich meine Ruhe. Dann klopfte es an der Tür. Housekeeping. Da dachte ich so, komm, lass ihn rein. Sonst, ähm, wer weiß, ob der später noch wiederkommt. Ja, hab ich ihn reingelassen. Bin ich rausgegangen. Ja, halbe Stunde stand ich dann draußen im Flur. Ja. Bis er fertig war. Ich glaube, heute hat er wieder Grundreinigung gemacht, weil es länger gedauert hat. Normalerweise dauert das ja 10 bis 15 Minuten. Gut. Dann bin ich, dann bin ich, dann war er fertig. Dann bin ich reingegangen. Hab mich gerade hingelegt. Dann klopft es wieder an die Tür. Und ich denke mir so, was denn jetzt schon wieder? Ich mach auf. Stehen da zwei Typen, Handwerker, die wollen das Thermostat überprüfen. Dann denke ich mir, jetzt? Mach das doch, wenn ich nicht da bin. Oder mach das doch, wenn wir ausgecheckt sind. Warum müsst ihr jetzt das Thermostat überprüfen, ja? Dann habe ich gedacht, wollte ich den reinlassen. Aber dann habe ich gedacht, nee, ich gehe doch nicht schon wieder für eine halbe Stunde raus. Nee, dann habe ich gesagt, dass er später wiederkommt, wenn ich nicht da bin. Weil der hat auch eine Karte. Das heißt, er kommt hier rein und checkt das. Und gestern und vorgestern, was mir auch hier aufgefallen ist. Also ich weiß nicht, aber gestern und vorgestern, als wir wiedergekommen sind, hat es hier im Zimmer gestunken, als hätte jemand das Zimmer gestrichen. Ja, nach Farbe. Wo ich mir denke, ey, ihr malt doch jetzt nicht das Zimmer, wo wir hier drin sind und unsere Sachen hier rumliegen, ja? Und dann werde ich richtig ungemütlich. Macht doch das Zimmer, malt doch das Zimmer, wenn wir ausgecheckt haben. Da könnt ihr das doch streichen, so oft ihr wollt. Aber doch nicht jetzt. Es hat richtig nach Farbe gestunken. Ich weiß nicht, dass er auch aus an der Wand, also an so einer Stelle, als würde die Farbe noch gerade antrocknen. Aber ich weiß nicht, vielleicht waren das auch einfach nur Putzmittel. Ich habe keine Ahnung. Dann habe ich vorhin noch draußen mit jemandem aus der Gruppe gesprochen. Die waren ja alle beim Arzt hier, weil die krank sind und haben Antibiotikum bekommen und so weiter. Wo ich mir denke, ey, ihr habt das in drei Tagen ausgestanden, ja? Die sind krank geschrieben? Die haben Urlaub? Ja, aber das Hotel ist echt, das ist echt scheiße. Ich muss sagen, wir sollten in dieses Taxu Sanur, das ist bestimmt tausendmal besser und ich wette, das war von Anfang an klar, weil wir haben, also die haben alle bei, alle haben, ne, der eine hat da gebucht, die einen haben, viele haben bei Lidl gebucht und wir haben bei Sonnenklar gebucht. Ups, oh Mann, ey. Also wir haben als Einzige bei Sonnenklar gebucht und meine Tante sagt, Sonnenklar hat sie schon mal gebucht und die hatte da schon mal, dass denen im Bus erst gesagt wurde, dass im Hotel Bauarbeiten sind und die wurden dann in ein schlechteres Hotel gebracht. Die haben sich dann aber beschwert, die waren dann noch bei der Botschaft und ruften dann in das andere Hotel, was viel, viel besser war. Ja, also ich denke, weil uns haben die ja auch gestreben, dass bei dem anderen Hotel bis mehr zu Bauarbeiten sind, aber ich glaube das auch nicht. Ich glaube, das war von Anfang an deren Ziel uns dieses Hotel, weil es günstig ist, ja, und das andere stand gar nicht zur Debatte, die haben mit dem anderen Hotel nur Werbung gemacht, damit wir das buchen und die wollen sich einfach nur das Geld in die Tasche stecken, glaube ich auch, weil die sind einfach nicht kundenfreundlich. Wir hatten uns ja einmal beschwert beim Veranstalter über die Reise und das hat die nicht interessiert. Die haben sich so rausgeredet, so rausgeschrieben und uns die Schuld gegeben, wo ich mir gedacht habe, bei diesem Veranstalter werde ich nie wieder buchen und ich achte auch darauf, dass ich bei diesem Veranstalter, ihr wisst welchen ich meine, nie wieder eine Reise buchen werde. Ich habe euch allen davon abgeraten und hier, wir haben uns zwar bei Sonnenklar gebucht, aber der Veranstalter ist Clevertours, beziehungsweise der Touristik, der Tour. Habe ich auch noch nie eine Reise gebucht, aber werde ich, glaube ich, auch nicht buchen, weil ich glaube, ich habe das auch gelesen, dass das, dass die dann ein schlechteres Hotel geben und das ist Verarsche, das ist Betrug, das ist Verarsche und nur damit sie sich das Geld in die Taschen stecken können, ja. Was hat der gesagt? Kapitalismus, hat der eine gesagt, ja. Ja. Ist halt scheiße, ne? So. Es regnet, Leute. Wir waren gerade am Pool. Ich lag da so schön chillig und dann fängt es an zu regnen. Und die Lederhaut ab vom Pool. Ich war, glaube ich, die letzte, die abgehauen ist, weil ich gehofft habe, dass es gleich aufhört. Ja. Aber wie ihr sehen könnt, ich hoffe, man kann es auf der Kamera sehen, auf jeden Fall, es regnet ganz schön stark. Okay, hier sieht man es sogar noch besser. Seht ihr? Hier. So, hello, hello. Wir waren gerade schon unten, wir haben uns mit dem Reiseleiter getroffen, weil der war ja gestern da gewesen, hat uns eine Nachricht geschickt, aber wir waren ja beim Ausflug, aber gestern war wohl keiner da gewesen, beim Reiseleiter. Und heute kam meine Tante auf die Idee, wir könnten ja doch nur einen Ausflug buchen. Meinte ich so, ja, okay, aber ich suche was aus. Ich wollte nämlich noch machen, diese spirituelle Zeremonie, Reinigung von Geist, Körper und Seele. Hat, da war das, ich glaube, auch um die 90 Euro, ne? Hat um die 90 Euro, glaube ich, gekostet. Voll teuer hier. Und der Ausflug wäre halt morgen gewesen. Dann habe ich, weil meine Tante hat ja, hat vor ihm eine Nachricht bekommen, das heißt, sie hat schon seine Handynummer, habe ich ihm geschrieben, vom Handy aus. Und dann haben wir erst den Ausflug gebucht. Dann haben wir ihm nochmal geschrieben, der soll uns das Programm schicken, was da genau ist. Dann haben wir auf dem Prospekt gesehen, dass es genau da ist, wo wir gestern waren, mit den Mittagessen und so. Und dass wir da nicht nochmal hinfahren wollen, weil wir das ja schon gesehen haben. Dann haben wir die Nachrichten gelöscht, haben wir ihm nochmal geschrieben, dann war der gerade online, haben wir den nochmal geschrieben, bitte schicken Sie uns das Programm von diesem Ausflug. Dann hat er das gelesen. Dann ruft er an und sagt so, mein Nachnamen, ne? Und ich habe aber mit dem Nachnamen von meiner Tante untergeschrieben. Und dann meinte er so, ja, der ist jetzt da im Hotel. Ob wir nicht runterkommen können, dann sind wir runtergegangen. Und dann hat er uns nochmal erklärt mit dem Ausflug. Und das war halt sowas ähnliches wie gestern. Das war am selben Ort. Das Mittagessen war da. Und dann haben wir gesagt, nein, danke, wollten wir nicht. Und dann haben wir uns jetzt noch für diesen anderen Ausflug entschieden, diesen Safari, West Bali Safari. Weil diesen Ausflug konnte man auch buchen, als man die Reise gebucht hat. Man konnte online für 88 Euro. Wir haben jetzt 1 Euro mehr bezahlt, 89 Euro. Die meisten haben den schon für heute gemacht, diesen Ausflug. Und wir machen ihn Montag. Das ist mit so einem Kübelwagen. Genau, da sehen wir noch diesen einen Tempel. Und für Samstag wollte, für morgen wollte der uns so eine Wasserfall mit viel laufen. Aber da hatte meine Tante keinen Bock drauf. Und da machen wir jetzt am Montag die Safari. Diese mit dem Kübelwagen. Genau, die hat 89 Euro gekostet. Ihr überlegt mal, fast 100 Euro für einen Ausflug. Und wir werden um 7 Uhr abgeholt. Und um 6.30 Uhr bis, ich glaube, 10.30 Uhr gibt es hier Frühstück. Das heißt, wir müssen um 6.30 Uhr pünktlich da sein beim Frühstück. Und dann direkt um 7 Uhr werden wir abgeholt. Ey, die Zeiten auch, die man hier abgeholt wird. 7 Uhr. Schon krass. Und ich sehe so aus, weil Leute, hier ist Luftfeuchtigkeit 90 Prozent. Man schwitzt hier. Dadurch kommen meine Locken raus. Also, es ist hier richtig, richtig, richtig schwül, kann man sagen. Richtig heiß, richtig schwül. Hast du schon gedrückt? Und man hat hier auf gar nichts Bock drauf. Wieso drückst du dich? Ja, aber du kannst doch trotzdem drücken. Es ist hier richtig schwül. Und das ist so richtig warm. Also, man hat wirklich auf nichts Bock. Man ist wirklich so kaputt durch die Hitze. Genau. Tschüss. Wir nehmen den anderen Fahrstuhl. Wir nehmen immer den Fahrstuhl hier. Leute, wohin? Ähm, zwei. Ja, genau. Wir nehmen immer den Fahrstuhl. Ganz bequem. Und jetzt soll meine Tante was essen gehen. Also, gehen wir jetzt was essen. Ich habe aber noch gar keinen Hunger, ehrlich gesagt. Guck mal, wie ich hier aussehe. Ich sehe hier richtig fertig aus. Augenränder, alles. Und wir wollten genau noch auf den Night Market gehen. Weil wir sind beim letzten Mal tatsächlich irgendwie falsch gelaufen. Weil der Reiseleiter hat uns irgendwie gesagt, so um die Kurve. Um 18 Uhr ist dieser Night Market. Ab 18 Uhr. Passarsindu heißt das. Passarsindu. Müsst ihr mal googeln. Aber wir haben jetzt hier kein Internet. Das heißt, ich kann nach der Route nicht schauen. Ähm. Und heute ist hier wieder Livemusik. Livemusik. Die haben mich schon angesprochen. Ob ich auch komme um 20.30 Uhr oder 19.30 Uhr. Ich bin mir nicht sicher. Dann singen die wieder. Ähm. Ja. Marjola, was machen wir denn jetzt? Was machen wir denn jetzt? Ach so. Und ich habe den Reiseleiter gefragt. Er meinte, im anderen Hotel sind Bauarbeiten. Da wurde er von Clevertours clever gecoacht, sag ich mal. So, hier stehen die Leute Schlange. Hier, das heißt. Oh, wie heißt denn das hier? Wahrung Mac Bang. Könnt ihr es lesen? Da. Und das soll wohl sehr, sehr gut sein, hat eine Frau gesagt. Da gibt es nur ein Hauptgericht. Und zwar Fisch. Und sie hat 45.000 bezahlt. Ich weiß jetzt aber nicht, ob für eine oder für zwei Personen. Ich habe jetzt gesagt, also ein Hauptgericht und Fisch. Wenn man Fisch liebt, isst man hier richtig. Ja, ich mag keinen Fisch, aber meine Tante will unbedingt. Ich hätte sich schon hier in die Reihe gestellt. Aber ich weiß jetzt schon, dass das für mich nichts ist. Weil wie gesagt, hier ist voll. Hier stehen die Leute Schlange, ne? Ähm. Ja. Guckt mal, hier geht es weiter. Ach, hier kann ich euch noch zeigen. Hier oben. Kann man nicht lesen. War ja klar. Hier. Könnt ihr sehen. Hier ist voll. Hier ist auch voll. Hier sitzen nur die Einheimischen. Genau. Und meine Tante will da unbedingt essen gehen. Ich aber nicht. Weil ich keinen Fisch mag. So, das hier ist das Hauptgericht. Einmal Reis. Fritierter Fisch. Und Fischkopfesuppe für 55.000 Rupiah. Ich weiß jetzt gar nicht, wie viel ist denn 55.000. 3 Euro. Zielkopf vielleicht. Wenn 100.006 Euro sind, sind das ca. 3 Euro. Jetzt habe ich euch vergessen, den dreckigen Tisch zu zeigen. Aber ich kann hier nicht essen. Bei mir ist das hier zu voll. Zu viele Leute. Da fühle ich mich gestresst zu essen. Und zu viele Fliegen. Sind hier. Zeig mal dein Essen. Was hast du da? Reis. Da hast du Wasser. Zeig mal das Wasser mit Sirup. Zeig mal das Wasser. Das Wasser. Da steht drauf. Panta. Zeig mal den Sirup. Hier. Dein Becher. Was ist das? Das ist der Fisch. Der gebratene Fisch. Das sind wir ja auch. Das sind wir ja auch. Und hier hast du die Fischsocke. So, wir waren jetzt. Ich war jetzt essen. Meine Tante hat nichts gegessen. Dieser Fruchtsaft, dieser Mixed Juice war lecker. Hat 25.000 gekostet. Aber sie hat den mit Eiswürfeln gemacht. Und wir haben vergessen zu sagen, ohne Eiswürfel. Aber der war frisch. Da war wenigstens frisches Obst drin. Und zum Mittagessen hatte ich sowas Curry genommen. Dort stand dann auch, dass da Potatoes drin sind. Also Kartoffeln. Die hat mir aber Reis gebracht und keine Kartoffeln. Und das war Curry. Ey, das war so scharf. Das war so scharf. Das war das erste Gericht, was mir dann nicht geschmeckt hat, muss ich sagen. Ja. Es hat mir nicht geschmeckt. Oh mein Gott, ey. Hier, ne? Genau. Genau. Untertitelung des ZDF für funk, 2017